In den Demo-Bildschirmen haben Sie die Möglichkeit, alle Module von Piri IEs zu testen und zu erleben. Durch Klicken auf die Schaltfläche zur Demo-Plattform gehen auf der Anmeldeseite können Sie auf die Demo-Version zugreifen. Fühlen Sie Ihre persönlichen Informationen auf der geöffneten Seite aus. Geben Sie den vierstelligen Code ein, der an Ihre Telefonnummer gesendet wurde. Da es ist wichtig, um Ihr Demo-Konto sicher einzurichten. Schließen Sie die Einrichtung Ihres Demo-Kontos ab, indem Sie Ihre E-Mail verifizieren. Sie können Ihr Konto aktivieren, indem Sie auf den Verifizierungslink klicken, der an Ihre E-Mail gesendet wurde. Sie können jetzt auf Ihr Demo-Konto zugreifen. Mit Ihrem Demo-Konto können Sie die Stromerzeugung, den Verbrauch und die Netzqualität einer Beispielindustrieanlage überwachen.